Musik Hallo Leute Wir sind jetzt hier wieder zurück bei Let's Play Daisy Plus Dem schwereren Daisy Mit kleinem Rucksack und kaum Loot Einer hat hier gerade irgendwie jemanden befohlen auf den Boden zu gehen und seine Waffe zu droppen glaube ich Oder nur auf den Boden zu legen, keine Ahnung Auf jeden Fall, er sollte auf den Boden Schade, dass die Leute das immer über den Side-Chat machen müssen Ich hatte gesehen übrigens in der letzten Folge Dass da irgendeiner auch noch für YouTube am Aufnehmen war Das finde ich natürlich cool, dass wir da nicht die Einzigen sind mit der Idee Also ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber falls der Typ genauso in YouTube heißt, wie er sich jetzt hier genannt hatte Dann schaut doch vielleicht einfach mal bei dem vorbei Ach ja genau, No Entry, Bin, Config, CFG, Glass and Spirit Genau Ja bei mir auch Im Weg Gut, ich bin wieder in Elektro Ach jetzt geht meine Maus Oder ist Factory Czerno, Alex? Ich weiß was ne ist Ey da ist jemand rumgerannt, das war doch kein Zombie oder? Also Factory, das müsste eigentlich Czerno sein, Alex ich bin in Czerno Sicher, dann komme ich mal dahin Also ich bin so, ich komme quasi von links rein gerannt in den Ort Ich höre die Kirche, soll ich zur Kirche gehen? Ist das sicher da? Da ist niemand, ja Ja, oder wo wollen wir uns treffen? Oder wir gehen zu den Militärzelten, haben wir ne Map? Eh nicht, oder? Hehe, war klar Wäre schön gewesen, aber nein Ähm, ich glaube die sind vor mir Also Kirche, ja? Joa Ok, ja das ist schon mal gut, warst du an den Militärzelten schon? Nein Ok, dann geh da erstmal hin Wo lauf ich da gerade hin? Ich such dich später Ja hier rennen voll viele Zombies, ich glaube hier sind auch richtig viele Leute Wie viele sind halt so im Server? Da hinten rennt ein Spieler Alter, ist der Server voll Du hast irgendwas von 20 Leuten in der letzten Folge gesagt, das sind irgendwie 40 oder so bestimmt Mindestens Oh mein Gott Kein Wunder, dass der Server nur so halbwegs gut läuft Weil ich hab hier zeitweise 15 Frames, zeitweise wieder 30 Aber immerhin, es leckt nicht so richtig rum, sondern es ist einfach nur so ein bisschen, läuft nicht so ganz flüssig Äh, ich bin an der, ich bin an der einen Feuerwache jetzt hier Ja, ein Feuerwache Ja, es gibt nur eine in Cerno Hier ist aber ganz schön links, glaube ich irgendwo da Ich geh mal kurz da lang Ey, findet man hier nix außer Dosen? Ich bin bei diesem International Hotel Bei diesem was Hotel? Bei diesem riesigen Hotel Äh, kann ich demnächst auch hinkommen Komm in die Kirche und ich gebe dir eine Waffe Ich brauche Geld Genau, komm in die Kirche und ich gebe dir eine Waffe, ganz sicher, oder? Wer soll ihm das glauben? Jeder? Irgendjemand? Keiner? Ey, gut Ey, ich bin jetzt auch fast am International Hotel Ich bin beim Rathaus Das ist ja so ein Rathaus Ja, du bewegst dich voll zu mir hin, das ist super Habe ich noch welche hinter mir? Ne, gerade nicht Oh, alles ist in einem Haus Wieder weg, eh Oh, jetzt hast du gerade ein bisschen geleckt vom Audio gerade Das tut mir leid Kein Ding Das ist der TS hier halt Der hat auch manchmal so LOL Äh, was habe ich hier gefunden? Alex, was für Waffen gibt's hier bitte? GP25 Flare Und GP25 HE Das ist ein anderer Granatwaffe als der von der Ich hab ne AK Wo bist du? Feuerwache Hättest du vielleicht früher mal hier kommen sollen Oh, weißt du was ich jetzt mache? Zu mir kommen Weißt du was ich jetzt mache? Ist ganz eiskalt Und kletter jetzt da hoch Ich hab ne AK mit zwei Magazinen Hammergeil Also Aber trotzdem GP25 Alex Das ist diese russische, ähm Das ist der russische Granatwerfer Schon wieder GP25 Okay Ey, wieso findet man so viel GP25 Munition hier? Ich nehm's jetzt erstmal mit Ich glaube, du bist gerade mir vorbei gerade Nein Ich bin Oh, das war ein anderes Spiel Ich bin im Turm von der Feuerwehr, Alex Okay, sehr schön Ich hab ne Was ist das? Ist das ne Sekundär? Oh Alex, das tut mir jetzt so leid für dich Aber Wieso, was? Warum? Was? Naja, weil ich jetzt voll over equipped bin Nein, ich töte dich nicht Aber ich hab ne Skorpion gefunden SA61, falls du die kennst Skorpion Ja Oh lol Also, oder heißt die? Heißt die Skorpion? Ich glaube, die heißt so Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst Äh Ich hab grad ein kleines Problem Ich muss mal ganz kurz aufkommen Entschuldigung Okay Sagst du mir für ungefähr wie lange? Ich bin aus Spaktraum Wenn's schnell geht Eine bis zwei Minuten Okay Äh, dann pausierst du lange die Aufnahme Und starte sie, wenn irgendwas Spannendes passiert Oder wir den Alex gleich wiedersehen Bis dahin Ja, bis gleich Oh fuck, ich muss die Aufnahme doch wieder anmachen Weil Der eine Zombie hat uns entdeckt Und das ist nicht gut Das ist ganz und gar nicht gut Ich muss aus der Feuerwache leider wieder raus Und ich such mir jetzt ein anderes Versteck Da ist der Supermarkt Da ist bestimmt auch viel los Da hab ich jetzt keine Lust hinzugehen Ja genau, renn doch Ich geh jetzt mal an das Gebäude Hinter wem ist der her? Jetzt bin ich mich am fragen, ob ich ihn töten soll Ich weiß nicht, ob er was hat, aber ich glaube er hat was Ich glaube ich töte jetzt einfach mal alles was mir über den Weg läuft Weil ich hab keine Lust zu sterben bevor der Alex kommt So, da bin ich wieder Okay, Alex, ich musste leider die Position wechseln, weil da kam ein Zombie zu mir rein Ich bin jetzt hinter der Feuerwache in so einem orangenen Haus Ja Und ich hab zwei Typis gesehen, die eventuell bewaffnet sind Ich hab drauf geschossen, aber ich glaube niemanden getroffen Ja, das ist doof Wir kommen wieder drauf Ach du bist auf dem Cyber-Disconnected? Ja, meine Mauswahl, ja Ich muss kurz in der Batterie reinsetzen Naja, ich bin wieder da Jetzt geht alles Okay Jetzt geh ich mal in den Supermarkt In dem absolut nichts gespawnt ist Im Ernst Ist da jemand irgendwie um die Ecke vielleicht? Du bist im Supermarkt, da war ich schon drin Es ist komplett leer Pass auf, es waren voll viele Als ich da war, da wurde sogar auf mich geschossen Streifschuss Naja, nicht Streifschuss, aber die Phenobolamin Jaja, knapp an dir vorbei Äh, zwei Makarov-Magazine Ich tu die mal in mein WhatsApp, auch wenn ich sie nicht brauche Ja, die hab ich draußen auch gesehen, die sind draußen Ne, drin Hinten, im hinteren Teil aber drin Klaus waren auch welche Loading They're completed Okay Spawnst du neu, oder bist du wieder da, wo du aufgehört hast? Wahrscheinlich da, wo ich auftab Ja, wäre gut, aber ich weiß es nicht Das muss vom Rad raus Ich werde ja jetzt mal aufs Rad Ich bin jetzt mal auf dem Badass Und da oben gibt's ja auch Zeug Okay, dann komm ich zu dir, ja? Mhm Aber du weißt, dass du, du hast hier kein Fadenkreuz, ne? Das ist irgendwie voll doof, da kannst du richtig schlecht nur zählen Man hat, man hat keinen Fadenkreuz Ne So wie Veteran-Server quasi Okay, ich bin da Ja Ähm, ich geb dir dann die Mask- die Skorpion Mhm, das ist sehr gut Die hat aber halt nur ein 20-Round-Magazin, ne? Lol, ist das ein Spieler? Ne Äh, ich komm jetzt angelaufen von Richtung Feuerwache, Richtung... ja, zu dir halt Der hat da gerade das Radhaus so ganz eiskalt, ey Ich bin jetzt an dieser Panzerstatue Panzer? Mit dieser Panzerstatue Aha Ja, da ist ein Panzer Jetzt lauf ich auf die Straße Ich bin jetzt fast schon am Hotel Ich bin am Radhaus, das ist direkt dahinter Ja, ich weiß Ich komm gerade hin Du dürfst mich jetzt über die Hauptstraße rennen sehen Je nachdem, ach du kletterst gerade hoch noch, ne? Ja Du hängst bei mir an der gleichen Stelle und machst nichts mehr Da oben auf dem Ding drauf Tatsächlich nicht Ist da was, ja? Ne Wasserflasch, äh... Alex, ich komm jetzt hoch, ja? 5 Sekunden oder sowas, nicht erschrecken Mhm Alter, wenn ich jetzt hier runter gesnipet werde Okay, ich seh dich Dann ist das Ultra Bin da Jo Ich lauf an dir vorbei Was? An mir vorbei? Ja An dir vorbei Bist du? Ja, äh, vor dir? Ja Du musst mich verarschen Was denn? Ja, lol, wo bist du jetzt hin? Äh, jetzt läufst du oben zum Turm, ne? Ja Ich bin in der Ecke hier, guck mal rechts, rechts von dir Rechts von dir, rechts von dir Rechts von dir Ach, egal, ich lauf jetzt hoch zu dir Bei mir ist da niemand Doch, doch da, lol Ja, ich seh dich Da ist ein Backpack Ja, willst du's haben? Wenn du schon eins hast? Ne, ich hab ein ganzes Standard Du bist ja gestorben, lol Du bist ja gestorben, lol Ja, ich bin ja leider gestorben Ich hab ne Uhr Und ein S Ich glaub, man kann noch höher Oder? Ne, glaub ich ne Ne Hier ist ein, ach lol, den hast du genommen Okay, das ist alles ein bisschen verbuggt Oder am Längen oder sowas hier, keine Ahnung Ja Äh, warte, du musst, Alex, ich tu dir das jetzt in deinen Rucksack rein, die Waffe, ja? Musst du aufpassen Erst das Magazin Äh, das Magazin tust du bitte zuerst in dein Inventar Weil ich weiß nicht, wie viele Plätze die Waffe braucht Ich glaub nur 5 die sekundär, aber trotzdem So Nein, jetzt hab ich dir die Uhr gegeben, warte Weil es eben verrutscht ist Warte, zack SA61 LOL LOL Geil, ne? Ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich nur auf kurze Distanz, äh, treffsicher Oder wenn überhaupt Ich würd sie wahrscheinlich auf Einzelschuss stellen, wenn das geht Ich hab auch nen roten Ping, grade du auch? Ja Ja, gut, also der Server läuft jetzt halt nicht so gut Weil der halt übelst voll ist Wie viele Leute sind jetzt hier drauf? Alter Ich hab's noch nicht durchgezählt, aber 40, 45, 50 Ja, keine Ahnung Ich hab mal so 10 Frames oder so Ja, 12 14, 15, 12 Alter Und das, oh, mit Aufnahme, du ja ohne, ne? Ja, ist halt schon krass Also Feuerwache war nix, warst du an den Militärzelten? Äh, 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 Alter Das runter Naja Ich klettere dann mal runter, ne? Mhm, also ich bin unten angekommen Richtig durch Nee, irgendwie hängst du immer noch oben Boah, das ist aber am Längen Jetzt hab ich aber keinen roten Ping mehr Ne, den gelben Ich hab gar keinen Also quasi alles super, jetzt hab ich aber wieder auf 20 Frames Ne Axt Wo bist du? Da ist doch so, 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 so ne Hütte Hier Ja Da liegen Sachen Willst du die Ha-Axt, oder? M9 Mag, ich nehm das mal mit Äh, ne, nehm du die doch M9 Magazin Du hast doch keine, du hast doch noch keine Primärer, von nimm die doch mal Aber, ich seh dich hier nirgendwo rumstehen, um ehrlich zu sein, ne? Also, das ist alles ein bisschen Komisch Hast du die Axt genommen? Alex? Ach, lol, auf einmal stehst du neben mir, ne? Ja Alter, voll krass Lol So, ja, bis wir dich die Wand kaufen Ja, ich weiß, alles ein bisschen Also, okay, jetzt hab ich wieder nen roten Ping übrigens Also, der Server hier läuft nicht so ganz perfekt, aber Äh, ich muss ehrlich zugeben, okay, du startst mit nem kleineren Rucksack Findest aber relativ schnell so'n Tschech-Backpack, oder? Äh, ja, ich weiß nicht Oh, was, exti- Oh, über 60 Spieler Okay, das ist echt krass Naja, und auf jeden Fall ist es halt so, dass ich bisher nicht sagen könnte, dass wir irgendwie weniger Loot finden Okay, es gibt neue Waffen Diese Skorpion gibt's ja normalerweise nicht Und von daher Wo läufst du lang? Ja, zu den Militärzelten Da, das bin ich Das bin ich Genau in die Richtung wo ich hingucke Ja Ja Bis vor mir glaub ich Ja Also Okay, ich würd sagen, weiter geht's Die Zombies haben uns eh Oder nicht? Scheinbar nicht Doch, sie haben dich Ja, okay, wie auch immer Na, der da hat mich jetzt auch Ja, ich renne jetzt einfach mal Ähm, hast du was um... Ich hab jetzt nämlich noch zwei Sachen zum Werfen Wir könnten eigentlich die Scheiben vorm Krankenhaus mal einwerfen Da sollte es ja hoffentlich Loot... Ach, die sind schon offen! Okay, danke Alex, ich geh... Any ammo or something? Ich geh mal ins Krankenhaus Good luck Hier sind doch die Medizinzelte? Ja, aber hier ist ein... Hier ist ein Krankenhaus, Alex, und die Scheibe ist offen Oh nein, oder? Was? Was? Ja, aber wir sind keine Zelte Und Loot? Alter, man muss hier echt aufpassen, was man mitnimmt Nee, das ist doch hier nicht Also ich lass das mal Ich lass das mal Nee, das ist nicht da, wo die Militärzelte sind, lol Warte, ich geh gleich hin und guck mal, ja? Ich hab jetzt auf jeden Fall bisschen Essen, bisschen Trinken, Bloodbag und so'n Zeug Ja, hier sind doch die Zelte, Alex Wo? Ja, genau, hier an diesen fetten Schornstein, wo die immer sind Fetten Schornstein? Wo bist du? Weiß nicht, wo du grad rum... Ja! Da, wo dieses Gebäude mit dem fetten Schornstein ist, dieses Industrieding Da sind auch die Militärzelte Da sind auch die Militärzelte Ich bin grad in einem drin Ne, es ist noch so'n Medi-Zelt, aber trotzdem Hinde direkt daneben Hast du denn überhaupt schon irgendwas gefunden? Ja Ja, was? Essen und so, ich bin im Supermarkt Du bist im Supermarkt? Ach, da hinten Nein, da war ich Ach so, ich seh das Gebäude Läufst du grade an den Militärzelten rum? Nö, genau noch nicht Alter, da ist eben einer an mir vorbei gerannt Ähm, M67 Frag Grenade Ach, ich glaube die können wir mal mitnehmen Da brauchen wir auch keine Sandsäcke Loll War das jetzt? Car Keine Ahnung Ja, ich bin jetzt da Vorsicht, ich bin in einem drinne Und loote grade Du kannst, wenn du Platz hast, nimm die Sandsäcke mit Ich komm in das erste große Ich komm in das erste große Weiß nicht wo du drin bist, aber ich geh jetzt in und durch dieses Ah, fuck, ich will raus, so Oh, hier ist wirklich Zeug Alex, wir müssen eng beieinander bleiben Weil wenn wir das nicht tun, wissen wir nicht wer fremd ist Ich bin grad an so einer Medi-Box Am looten Läufst du? Nein! Hast du ein Czech Backpack? Ja Bei mir läuft einer auf der Stelle und hat ein Czech Backpack Da bist du doch, oder? Lol Du bist grad an mir vorbeigelaufen Oder zumindest an einem Zelt davon Was hast du in deinem Rucksack drinne, Alex? Nichts, ne? Ich in meinem Rucksack? Gar nichts wahrscheinlich Döö Alter, das ist so verbuggt grade Hier ist mal was Hier Antipiotika Lol Ja, nimm mal mit Ah, jetzt bist du da auch nicht mehr drin Ah, das ist verzögert ey Nö, das nehmen eigentlich nicht Da bist du Gut Ich steh neben dir Okay, lass mal abhauen, mehr ist hier nicht Ich hab jetzt aber ne Granate Einer auch Wer denn schon überall geguckt? Ja, in den beiden Zelten war ich drinne In den Medi-Zelten jetzt In dem zweiten Medi-Zelt hier nicht mehr Aber Ich kann eh Ich kann eh nichts mehr tragen, von daher Ich würde sagen, wir machen uns auf in Richtung Norden, oder? Mhm Starry, Airfield, etc, etc Aber ne Map wär halt super, aber gut Man kann nicht alles haben Ist das aufgemalt? Ja, scheinbar Alex, wo bist du? Da bist du Okay Hey Wir müssen irgendwie aus der Stadt raus Vielleicht läuft's dann auch mal ein bisschen flüssiger Ja Ist jetzt halt die Frage Fahrzeug werden wir eh nicht finden, nehme ich an, oder? Ja, wenn, dann ganz im Zufall Es wird wahrscheinlich Nicht Es wird wahrscheinlich nicht allzu viele Leute, äh, nicht allzu viele Fahrzeuge geben Und schon gar keine, die noch nicht entdeckt wurden Wahrscheinlich wurden die dann entdeckt Und gerade, wenn wir am Reparieren sind, werden wir abgeknallt von Leuten, die es vorher entdeckt haben Und gerade, wenn wir am Reparieren sind, werden wir abgeknallt von Leuten, die es vorher entdeckt haben